Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Wir bauen heute eine AFK-Fischfarm oder XP-Farm. Das Design kommt nicht von mir, das ist von Chris Cotter, einem englischen YouTuber. Schaut gerne mal bei ihm vorbei, ich habe ihn euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt kommen wir zum Tutorial. So sieht erstmal die Fischfarm aus. Funktionieren tut sie, indem man hinten auf den Noten Block aimt. Dann eröffnet sich die Eisenplatte. Es verbraucht, wie man sieht, nicht mehr Haltbarkeit von der Angel. Und es geht genauso schnell, wie beim normalen Fischen. Nur, dass man hier jetzt theoretisch was auf die Maus legen könnte, auf die rechte Maustasse. Und dann würde das von selbst weiterarbeiten. Durch diese Methode kann man einiges an Fisch und vor allem auch Leveln bekommen. So in etwa bis zu 1000 Items die Stunde. Und wie ihr seht, ich habe hier gerade mal 2 Minuten geangelt und habe diesen ganzen Stuff rausbekommen. Also das ist schon ganz praktisch. Jetzt kümmern wir uns aber mal darum, wie man das Ganze baut. Zuerst müsst ihr zweibreit ein Loch bauen und dort 2 Kisten rein platzieren. Das reicht auch eine, aber dann ist sie halt relativ schnell voll. Dann hiervor auch noch die 2 Blöcke abbauen. Hopper bzw. Trichter in die Kiste reinführen. Also muss das so aussehen. Dann muss man auf den Hopper einen Zaun setzen. Und hier neben das Loch, also hierhin, ein Noteblock. Über den Noteblock braucht ihr temporär einen Block, an dem ihr eine Iron Trapdoor setzen könnt. Den Block könnt ihr dann wieder abbauen. Und dann muss noch auf den Zaun eine goldene Druckplatte. Golden ist wichtig, weil die haben verschiedene Eigenschaften. Da funktioniert halt die goldene am besten. Und dann noch als letztes muss auf den gleichen Block wie dieser Zaun Wasser gesetzt werden. Das läuft dann immer in dieses Loch und schon ist es fertig. Jetzt müsst ihr nur noch auf diesen Noteblock aimen, sodass halt der Angelhaken auf der goldenen Platte landet bzw. von dem Zaun aufgehalten wird und dann nur noch durchgehend rechtsklick halten. Und jedes Mal, wenn ein Fisch kommt und geangelt wird, geht die Eisendruckplatte einmal zu. Ihr bekommt einen Fisch, der dann eigentlich auch sofort schon in die Drohe eingelagert wird. Und währenddessen bekommt ihr noch einiges an Leveln. Gut, das war es dann auch schon wieder mit diesem Tutorial. Das war jetzt recht kurz. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und euch was gebracht. Wenn ja, schreibt gerne mal Feedback in die Kommentare. Lasst ein Like oder ein Abo da. Würde mich beides freuen. Und damit würde ich sagen, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.